Hallo und herzlich willkommen zu unseren Tutorials zu Plan4U. Plan4U ermöglicht dir, eine Planrechnung für deinen Businessplan einfach und unkompliziert zu erstellen und mit Businesspartnern zu teilen. Die Planrechnung kann auch als Grundlage für einen Förder- oder Kreditantrag bei deiner Bank dienen. Plan4U ist eine kostenlose Software für Gründerinnen und Jungunternehmerinnen, kann dich aber auch bei einer Betriebsübernahme unserer Homepage plan4u.online kannst du dir einen kostenlosen Account erstellen. Nach der Registrierung kannst du dich hier mit deiner E-Mail-Adresse und dem von dir gewählten Passwort einloggen. Nach dem Login befindest du dich nun in deinem Account. Über das Home-Symbol oder hier oben das Wort Planungen im Header gelangst du zur Übersicht über deine Planungen. Hier findest du jeder deiner eigenen Planungen, die du jederzeit kopieren, teilen oder aber auch löschen kannst. Auch findest du hier unten die mit dir geteilten Planungen. Im Header neben Planungen findest du die Hilfe von Plan4U. In der Hilfe kannst du dich über die Vereinfachungen und Annahmen der Berechnung des Tools sowie über den Support und die Beratung informieren. Falls du Unterstützung mit dem Tool brauchst, so kannst du dich an die Support-Hotline während der Hotline-Zeiten wenden. Außerhalb dieser Zeitzeiten ist nur eine Kontaktaufnahme per Mail möglich. Falls du inhaltliche Fragen hast, kannst du dich an das AWS oder an das Gründerservice der WKÖ wenden. Willst du eine Planung mit einem Businesspartner oder Berater teilen, musst du bei der jeweiligen Planung auf Teilen klicken. Jetzt gibst du die E-Mail-Adresse des Empfängers ein und wählst aus, ob der Empfänger die Planung nur lesen oder sie auch bearbeiten kann. Zu guter Letzt wählst du noch aus, wie lange der Empfänger Einblick auf die Planung haben darf. Du kannst hier zwischen einem, drei oder sechs Monate wählen. Gehe hier rechts bei meinem anderen Businessplan auf die Teilen-Funktion, denn ich möchte dir zeigen, wie der Teilen-Dialog aussieht, wenn du schon eine Verbindung hergestellt hast. Hier siehst du nämlich mit, wem du diese Planung zurzeit teilst und wie lange diese Person noch Einblick auf deine Planung hat. Du kannst das Ganze hier auch bearbeiten oder das Teilen mit dieser Person beenden, indem du auf den Misskübel draufklickst. Deine erhaltenen Planungen findest du auch hier unten. Je nach Einstellung kannst du die erhaltene Planung entweder nur lesen oder auch aktiv bearbeiten. Bitte achte darauf, dass wenn du eine geteilte Planung bearbeitest, immer der Letztstand gespeichert wird. Das bedeutet, dass es in jedem Fall nur eine Version der Planung gibt. Mit dir geteilte Planungen kannst du natürlich auch löschen. Hier wird aber nur deine Verbindung und nicht die zugrunde liegende Planung gelöscht. Gehen wir nun in eine Planung hinein. In der Kopfzeile siehst du die einzelnen Register, die für deine Planrechnung berücksichtigen kannst. Im Register Dein Unternehmen kannst du alle wichtigen Informationen rund um dein Unternehmen eingeben. Im Register Umsatz kannst du deine geplanten Umsätze für die einzelnen Planungsjahre berücksichtigen. Unter Investitionen legst du neue Investitionen und Investitionen aus Vorjahren an und die Abschreibung sowie der Buchwert wird automatisch in deiner Planrechnung berücksichtigt. Als Bilanzierer kannst du hier noch zusätzlich über das Warenlager Handelswaren und Halb- und Fertigprodukte berücksichtigen. Im nächsten Register Personal kannst du Informationen bezüglich deines Personals für die Planjahre berücksichtigen und Mitarbeiter anlegen. Im Register Aufwände kannst du typische Aufwände berücksichtigen, aber auch eigene erstellen. Im Bereich Finanzierung kannst du deine finanziellen Mittel, Kredite und Darlehen und Förderzuschüsse berücksichtigen. Schließlich hast du im Register Ergebnis Einsicht auf deine Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung oder als Einzelunternehmer auf deine Einnahmen-Ausgabenrechnung sowie deinen Liquiditätsplan und den wichtigsten Kennzahlen deines Unternehmens. Hier kannst du deine Planung auch als HTML oder PDF exportieren. Im Register Parameter kannst du zum Beispiel die gewählte Rechtsform ändern und deine Planung durch Parametereinstellungen genauer auf dein Unternehmen zuschneiden. Du hast auch die Möglichkeit, zwei Szenarien zu erstellen. Das sind Alternativplanungen, wo du andere Umsätze, Aufwände und so weiter eintragen und mit deiner Planung vergleichen kannst. Hierzu klickst du auf das Register Szenario, welches rechts neben deiner Planung deines Unternehmens angesiedelt ist. Nun befinden wir uns nicht mehr in unserer Planung, sondern in der Alternativplanung, die in diesem Fall als Szenario 1 bezeichnet ist. Du kannst es im Register Unternehmen jedoch umändern. Im nächsten Tutorial gründen wir ein Unternehmen und besprechen gemeinsam die Funktionen von Plan4U Step by Step.